Uwe ist okay, das ist schlecht, 4 ist, ich bin tot. Wenn wir so eine 5 und eine 6 kommen, da kommt eine 8. Are we 8 or we 7? Ups. Bam! Trips, my friends. Ich sehe den Jan dealen bei einem von euch zu Hause. Muss man sich ja irgendwie jetzt bewerben für, ne? Ja, wenn ihr wollt, dass der Jan, ähm... Ja, der Verlierer. Ja, das Ding ist halt, der, der Zuschauer tut mir halt leid, weil der Jan will essen, ne? Und der wird der Arm, der Zuschauer. Wenn ihr wollt, dass einer der Verlierer bei euch zu Hause eure Pokerrunde, äh, gestaltet, mischt, verteilt, dealt, dann... Aber lass mal einschränken, lass mal in der Welt. Schreibt an late-night-giga.de mit eurer Adresse. Aber wohnen sie jetzt schon in Deutschland, oder? Wär, wär für Vorteil. Also gut, könnt auch, weiß ich nicht, in Teheran wohnen, dann schicken wir den Jan auch hin. Aber nur den Jan. Aber nur nach, oder Kabul oder so. Never come back. So ein Real-Life-All-In-Reich, ne? Ja, ja. Ich bin dran, ich setze... Bin die Blinds? 50 und 100. Ja, dann bin ich Small Blind. Ne, ne, ich bin... Ja, ich hab gegeben. Ich hab die gegeben, Mann. Mark hat gegeben, Mann. Du wirst gar nichts. Ja, ich bin Big Blind. Ja, dann call ich. Dann call ich. Ich folder. Ich checke. Das ist ziemlich gut für mich. Ich checke. Ich checke. Ich checke. Nee, ich checke auch. Ja, ich weiß, ich hab die ziemlich krass. Alter, jetzt hast du Quads. Check. Check. Das Ast glaubt ihr kein Mensch. Nee? Dann callst du mich doch, oder? Ja. Check. 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 Glaubst du mir zwei Herzen? Ich glaube dir gar nichts. Also du glaubst mir weder Ast noch Herzen? Ich glaube dir überhaupt nichts. Also im Prinzip glaubst du mir nicht, dass ich jetzt krasse Karten habe. Wenn du jetzt all den gehst, bekommst du es. Oh, da sind die Psychologie hier in das Spiel. Ohne Witz. Wenn ich jetzt all den... Ey, gewinnt er mit einem Vierer-Pärchen. Unfassbar. Unfassbar, dass du da nicht bist, Maddy. Normalerweise bist du da der Erste. Ach, du, ey, ich kann auch noch. So, jetzt aber. Hier, das ist auch hier. Ich wollte erst auch hingehen, aber... Aber hast du es dann überlegt? Dann hab ich mir gedacht. Nee. Ups. Aber insgesamt muss man sagen, das ist schon relativ ernüchternd, das Ergebnis für dich. Als Haus. Als Haus. Also du glaubst halt auch nur, weil wir hier bei McDonalds sind, gehst du nicht all in oder was? Das hat ja nichts. Denk mal drüber nach. Wenn er kommt, dann kommt er krass. Du bist jetzt big blind. Ich bin zwei. Eddie ist big blind. Big blind? Ja. Lang genug, oder? Ja, ja. Ich weiße. 200. Raisy Daisy. Ich spiele jeder Hand. Das hast du geraced? Ja. Ja, ich call. All in. Eddie? Connys, Alter. Ich call trotzdem. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenhundertfünfzig. Ich bin so fertig. Was denn? Ja, ja, ich kann nicht alles ganz genau was abgeben. Ich folde. Wie viel hast du? Ja. Siebenhundertfünfzig. Sechshundert mehr für mich, ne? Ne, Quatsch. Fünfhundertfünfzig mehr. Weil du bist. Ich hab einfach nur Bock, mich platz zu machen. Ich war eigentlich voll, aber jetzt... Ja, komm, mach doch mal. Mach mal nice, nice hier, Jens. Ich würde eigentlich auch... Okay, auch kurz. Nur weil du, das ist ja total gross. Aber ich hab noch mal kurz die Karten zeigen für unsere lieben Zuschauer. Ja, ich zeig doch einfach mal, oder? Ihr seid doch alle all in. Ne, ich bin nicht. Damit die Zuschauer zu Hause die Freude genießen können, dass der Eddie vorbeikommt. Ich grüße meine Eltern zu Hause. Ich danke Gott für diese Chance, die er mir gegeben hat. Ich auch. Lasse. Ich hab einen King, ja? Er ist ein Tu-Pair. BAM! Ja, ich hab nur einen Pair auf dem Fuß. BAM! Und dann hol ich dich und deine Freunde auch. Das ist geil, dass du Tu-Pair schön auf dem Turner-River gemacht hast. atra-lalala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Luh sitting Du bist, ich sag na, der hat-ä-ä-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la com iter fünf-evсы. Jetzt müssen wir ja weiter versuchen, das sagen – alles die Measurede hat er jetzt als etwas Erste aufscheide. Ey, Eddie, ich hatte der south poems Hint-Fark acid Lieber Die Stadt, ä– boosting muita All-in gehen. Na klar. Mir wird mein Credit immer geklaut. Wie lange haben wir noch Regie? Oh, letzte Hand. Der Verlierer von der Hand. All or nothing. Ihr geht alle All-in, das Auto All-in. Ja gut, das ist einfach nur Glück dann im Prinzip. Gut, All-in. Deshalb wird der Jan wahrscheinlich gewinnen. Ja, ich gehe All-in. Ja, ich call. Alle All-in. So, hier, das wollte ich schon immer mal machen. Okay, jetzt können wir leider nicht mehr in die Karte. Wer, wer dann wen? Wer, wer, wer hat was? Okay, ich zeig. Ich hab vier. Eddie hat sieben, zwei. King vier. King vier. Sieben, zwei. Pocket fünf. Pocket fünf. Herz ist gut. Ne, ich hab ein Straight Flush. Das ist schlecht. King King. Mark hat diverse Aunts. Sechs hilft keinem. King, hör dir. Das hab ich gewonnen, ne? Ne, du hast gewonnen. Ne, neun. Boom, gewonnen! Sechs, sie macht neun. Hey, ich hab gewonnen. Stimmt, der Eddie hat uns. Ich hab ein Straight. Sieben, acht, neunzehn. Ja, geil. Ey, warte. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Und er wollte schon nehmen. Alles meins. Alles meins. Das war doch, ey. Was für ein Timing. Was für ein Timing. Hier, Mr. Dealer. Ja, genau. Bruder, Eddie, hast du sauber gespielt eben. Warst ja echt sauber gut. Das war's mit Layton als Special-Sendung. Schöne Oster, der Ferien, äh, was beim Eiersuchen. Ihr habt gesehen, wer der Poker-King ist. Ich hab euch nicht zu viel versprochen. Und ja, es stimmt, die Redaktion war glätt nackt. Sehr. Ist halt so bei mir. Hau rein, viel Spaß. Hau rein, viel Spaß.